Richtenberg ist eine Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landstadt wird vom Amt Franzburg-Richtenberg mit Sitz in der Stadt Franzburg verwaltet. Richtenberg und Franzburg bilden für ihre Umgebung ein Grundzentrum. Geografie Richtenberg, die kleinste Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, liegt mittig zwischen Bad Stralsund, Grimmen und Riebssees. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Landstadt Franzburg, Das flachwellige, waldreiche Gebiet der Vorpommernschen Ebene weist nur wenige Höhenunterschiede auf. Sie liegt zwischen dem Feuchtgebiet des Richtenberger Sees und den beiden Waldgebieten Schönhagener und dem Abzagener Forst. Die Stadt ist etwa 22 Kilometer vom Stralsund entfernt. Die Nachbargemeinden sind Stadt Franzburg-Wittenhagen, Gremersdorf-Buchholz und Millenhagen-Öbelitz. Zwischen Franzburg und Richtenberg wurde 2006 durch eine Ausgleichsmaßnahme mittels Aufstauung der alte Richtenberger See wiederhergestellt. Zu Richtenberg gehört der Ortsteil Zandershagen. Geschichte Richtenberg wurde erstmals in der Gründungsurkunde des Klosters Neunkamp vom 8. November 1231 erwähnt. Er ist der älteste urkundlich bekannte Ort der Region. In der Stiftungsurkunde des rügischen Fürsten Wisslawie wurde dem Kloster neben dem Patronat über die Richtenberger Kirche auch eine örtliche Salzquelle zugesprochen. 1231 hieß der Ort noch Richeberg, dann Riekenberg, Rüchenberg und um 1508 Richtenberge. Das niederdeutsche Rieko für Reich könnte dem Namen zugrunde gelegen haben, aber auch das altpolabische Riekenbreger für Seeufer. 1297 wurde Richtenberg erstmals als Obidum, also als städtische Siedlung genannt. Die Einwohner der kleinen, sehr lang gestreckten Siedlung bauten in der Mitte des 13. Jahrhunderts aus Feld- und Backsteinen eine frühgotische Pfarrkirche auf der höchsten Stelle des Ortes. Richtenberg war bis zur Säkularisierung von 1535 dem Kloster Neunkamp zugeordnet und blieb anschließend lange Zeit herzoglich-Pommaschee-Amtsstadt. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt von kaiserlichen und danach schwedischen Truppen besetzt und geplündert. 1648 fiel die Stadt im westfälischen Frieden an die Schweden. Während des Großen Nordischen Krieges wurde Richtenberg 1711 vor allem die Kirche von den russischen Moskowitern geplündert und teilweise zerstört. Ab 1721 gehörte Richtenberg zum Distrikt Franzburg-Bad in Schwedisch-Bommern. 1763 ließ sich die Brennerei Andreas Danielsass im Ort nieder, die hier bis 1948 produzierte. Erst ab 1815 wurde die Pommaschee-Stadt preußisch. 1818 gehörte sie zum neu gebildeten Landkreis Franzburg. 1820 hatte sie 1195 Einwohner. Um 1826 entstand die Wallstraße, die heutige Wasserstraße. Bald darauf starben durch eine Cholera-Epidemie 94 Menschen. 1895 wurde das Rathaus gebaut. Ab 1928 gehörte Richtenberg zum neu geordneten Landkreis Franzburg-Bad. Zur Zeit der DDR gehörte Richtenberg zum Landkreis Stralsund im Bezirk Rostock. Um 1950 entstand das Mahnende-Denkmal für 16 gefallene Soldaten der Sowjetunion. Nach der Wende wurde der historische Ortskern im Rahmen der Städtebauförderung seit 1991 grundlegend saniert. Richtenberg wurde 1994 Teil des neuen Landkreises Nordvorpommern. Der 1936 trockengelegte Richtenberger See, der damals zu Wehrlanden drohte, wurde im Rahmen von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für den Bau der A 20 auf einer Fläche von 128 Hektar wieder zu einem Gewässer. Die Flutung ist 2012 weitgehend abgeschlossen. Politik Das Wappen wurde unter der Nummer 46 der Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert. Blasonierung Sehenswürdigkeiten und Kultur Siehe auch, Bauwerkegründer Zeitliches Rathaus von 1895 saniert, Stadtpfarrkirche Sankt Nikolai auf dem Klusenberg von um 1220. Die aus Feld und Backsteinen bestehende dreischiffige Kirche mit drei Jochen vereint romanische und gotische Stillelemente mit einem gotischen Rippengewölbe. Langgestreckter dreieckiger Marktplatz mit dem bemerkenwertem sowjetischem Ehrenmal, Kriegerdenkmal auf dem Kirchhof, Pfarrhaus Lange Straße 2 von um 1800, Landschaftsschutzgebiet Hellberge, Kulturkleines Programm Kino des Landesverbandes Filmkommunikation Mecklenburg-Vorpommern. Der Verein dient der Förderung des kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Lebens in der strukturschwachen Region. Verkehr Über den 20 Kilometer entfernten Anschluss Triebsees ist Richtenberg an das Autobahnnetz angebunden Ostseeautobahn A20. Es bestehen gute Verbindungsstraßen nach Triebsees Grimmen, Stralsund und Bad. Die nächsten Bahnhöfe befinden sich in Wittenhagen an der Strecke Stralsund-Berlin sowie Wellgast an der Strecke Rostock-Stralsund. Wirtschaft Die Stadt Richtenberg wurde während des Bestehens DDR durch die VEB-Mühlenwerke, VEB-Sonne und VEB-Metallverarbeitung sowie einige Handwerksbetriebe geprägt, von denen viele auf der Volkswerft Stralsund arbeiteten. Heute gibt es ein Gewerbegebiet mit Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben. Persönlichkeiten Johannes Holtvreter Embryologe Gerd Prokop Schriftsteller Rudi Wegner Konteradmiral der Volksmarine und Kommandeur der Flottenschule Walter Steffens Bilder Rathaus von Richtenberg Kirche Sankt Nikolai Sowjetisches Denkmal auf dem Marktplatz Gedenkstein an der Kirche Fußnoten Statistisches Landesamt MV Bevölkerungsentwicklung der Kreise und Gemeinden 2014 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2010 Zentral örtliche Gliederung mit Ober-, Mittel- und Grundzentren abgerufen am 12. Juli 2015 Joachim Wächter Entwicklung der deutschen Besiedlung und der Christianisierung des vorpommerschen Raums bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts In Beiträge zur Geschichte Vorpommerns Die Derminer Kolloquie 1985 zu 1994 119. Thomas Helms Verlag Schwerin 1997 ISBN 3-93118-5117 Double shotgun Ola Gip Cheval